Kloika. Im achten Monat, hab gegessen wir und traute X27 Semi-Kolon-Entscheunendrescher. Eine ganz besondere Care-Zeit für Kloika Dasian, 33. Der US-Reality-Star dürfte sich derzeit über nichts mehr freuen als die lang ersehnte Schwangerschaft, in wenigen Wochen wird die Unternehmerin ihr erstes Kind in die Arme schließen. Kloika. Während andere zukünftige Promimütter in ihren besonderen Umständen ganz penibel auf eine spezielle Ernährung achten, gilt beim achten Monat kulinarischer Ausnahmezustand, sie gibt nichts auf strenge Regeln und geht ihren Gelüsten fast treuelos nach. Kloika. Das verriet die Schwangere ihren Fans in ihrer eigenen ab, wie Osweglü berichtet, sagt von sich selbst, sie esse wie einen Scheunendrescher. Im zweiten Trimester habe ich meinen Gelüsten noch in Massen nachgegeben, aber jetzt, im dritten Trimester, habe ich keine Selbstkontrolle mehr. Ehrlich, ab dem achten Monat ging's bei mir den Dach runter, schrieb Kim Kardashian's, 37, Schwester im Netz. Auch wenn die 33-Jährige ihrer Schlemmerei nicht viel abgewinnen kann, blickt sie schon positiv in Richtung After-Baby-Zeit. Kloa ist sicher, dass sie ihre alten Gewohnheiten wieder aufnehmen wird, sobald ihre Tochter erst einmal auf der Welt ist. Ihren Traumkörper will die Designerin, die gerade ihren ersten Nachwuchs mit Basketballer Tristan Thompson, 26, erwartet, auch sicher so schnell nicht aufgeben, mit gesunder Ernährung und einem knallharten Sportplan kämpft sie gegen ihre ungeliebten Extrakilos und hilft seitdem anderen Menschen beim Abnehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017